Bekomme ich nach meiner vorgezogenen abschlagsfreien Altersrente später die Regelaltersrente noch extra zuerkannt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe in der letzten Zeit zwei Anfragen von Rentnerinnen und Rentnern erhalten, die eine vorgezogene abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten und noch zusätzlich arbeiten gehen. Also ganz normal weiterarbeiten gehen. Und die haben dann gefragt, ja Herr Knöppel, wie ist denn das? Ich bekomme doch später dann noch nach der Altersrente, die ich jetzt bekomme, noch die Regelaltersrente, muss ich da noch einen extra Antrag stellen. Meine Damen und Herren, ich steige schon mal in das Gesetz rein, wo es steht und gebe Ihnen dazu mal eine kleine Erläuterung. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass Sie das auch tatsächlich gut sehen können. Meine Damen und Herren, also im Kern geht es um die Frage, ob unser Versicherte oder die Versicherte, die Anfragenden, Anspruch auf eine zweite Altersrente nach der vorgezogenen Altersrente haben. Also hier in dem Fall die Regelaltersrente. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht möglich. Wenn Sie einmal eine Altersrente erhalten haben vor der Regelaltersrente und diese Altersrente auch schon bezogen haben, dann ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach dem Gesetz nicht möglich. Schauen wir uns das mal bitte an. Da steht hier in § 34 SGB VI, Voraussetzung für einen Rentenanspruch. Und zwar im Absatz 2. Da steht drin, nach bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ist der Wechsel ausgeschlossen in eine Nummer 3 andere Rente wegen Alters. Das heißt also, wenn Sie eine Altersrente für besonders langjährig versichert, eine Altersrente für langjährig versichert oder eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beziehen, können Sie nicht später dann in eine Regelaltersrente wechseln. Das ist nicht möglich, weil Sie nämlich zum Beispiel bei einer Altersrente für langjährig versicherte Abschläge haben, möglicherweise Abschläge haben. Und diese Abschläge wären ja dann, wenn Sie eine Regelaltersrente bekommen würden, weg. Und das ist rechtlich nicht möglich. Das heißt also, Sie behalten Ihre Altersrente und wenn Sie weiterhin noch arbeiten gehen, werden die Entgeltpunkte, die Sie aus den Beiträgen zur Rentenversicherung noch zusätzlich erwirtschaften, dann bei Erreichen der Regelaltersgrenze zusätzlich der Rente gutgeschrieben. Dafür bekommen Sie dann keine Abschläge, aber es verbleibt bei der ursprünglich bewilligten Rentenart. Das heißt also, de facto kann man sagen, als Faustregel, einmal eine Altersrente bezogen, bleibt diese Altersrente als Altersrentenart bis zu Ihrem Tode bestehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.